hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir ja ich habe mich mal wieder hingesetzt und ein design papier entworfen dieses mal ein papier gemeinsam mit den galaxy cheerleaders das ist eine cheerleader tanzgruppe aus berlin und ich habe die mal in die infobox verlinkt ja wir arbeiten da so ein bisschen kooperativ zusammen und ich habe dieses papier in deren farben entwickelt da können die mädels mit basteln und ihr natürlich auch und ich möchte euch das heute natürlich auch zeigen ja hier seht ihr schon mal das deckblatt also es ist bunt gemischt natürlich in schwarz blau und pink ich habe wieder mit grundseiten gearbeitet wo nur die farbe in pink zum beispiel ist weil ich die immer ganz wichtig finde beim basteln für uns wir brauchen ja doch noch mal manchmal so eine übersicht seite dann ja weil die galaxies natürlich ein stern im logo haben habe ich natürlich auch mal eins mit stern gemacht ja ich mag den vermutschelten hintergrund diesen diesen übergang ich finde den unglaublich schön ich mag die seite sehr auch wenn das nur ein großer stern ist natürlich darf auch so einen regenbogen verlauf nicht fehlen oder prisma verlauf nicht fehlen da habe ich wirklich diesmal nur mit den farben gespielt und hier habe ich jetzt ein paar sprengtler ein paar glitzer sterne quasi drauf genommen auch da war gerade wieder ein quasi tut mir leid wird ich gebe mir echt mühe das weg zu lassen ja hier habe ich den diesen verlauf genommen und habe mit kleinen stern spring da drauf gemacht ich hoffe ihr könnt das erkennen dass das kleine sterne sind fand ich ultra schön hat irgendwie was von der milchstraße gehabt und dann dachte ich mir okay jetzt haben wir die ganze zeit in diesen bunten tönen gemacht jetzt machst du mal eine einfache seite in schwarz nur mit den sternen und dann natürlich auch in blau ja finde ich auch finde deko seite echt cool weil jetzt kann man zum beispiel hier dann ein foto hin kleben wenn man zum beispiel für ein fotobuch nimmt oder ähnliches das sieht ja doch immer gut aus ich habe hier auch mal eins vorbereitet dass ihr mal seht wenn man hier solche seiten na gut jetzt natürlich nicht die aber bestätigweise wir nehmen wir von stern wir machen den hierhin na und dann haben wir hier das büchlein und wir setzen eine seite zum beispiel so ein und machen wir dann eine bunte seite kann man halt richtig schön dekorieren ich finde das macht halt richtig was her wenn man jetzt hier ein foto hin tut ist es nicht schlimm dass es halt eine schwarze seite ist weil das foto dann besonders gut herauskommt und so kann man sich dann auch so ein büchlein damit gestalten oder man bastelt karten draus oder 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 der fantasie sind daher freien lauf gelassen ja dann habe ich hier auch noch zwei milchstraßen inspiriert das ist auch wieder mit diesen kleinen stern ich hoffe ihr seht das das fängt die kamera leider nicht doch jetzt also es sind halt alles ganz kleine mini sterne auf diesem papier die dann die milchstraße ergeben oder diesen kringel ergeben fand ich halt echt schön kann man schön mit gestalten finde ich dann habe ich hier wieder einfache verläufe gemacht einmal ohne sterne einfach nur den verlauf und hier mit ganz vielen sternen und kristallen im verlauf also finde ich auch wieder eine schöne art hier habe ich mich dann ausgetont hier wollte ich dann irgendwie dieses schwarz und blau und irgendwie wollte ich das dann alles kombinieren und dann habe ich hier ganz ganz viele sterne gesprenkelt und ich finde die farbmischung unglaublich schön die kamera doch hier von so kann die kamera das ganz gut einfangen ich mag das halt unglaublich also ich habe hier mit rosa hellrosa angefangen bin dann weiter in diese lila töne hier gegangen die sind hier sehr sehr doll verteilt dann bin ich hier mit blau gekommen erst hellblau und dann dunkler und dann bin ich zum schluss noch mal mit dem weiß drüber gegangen ich finde das sieht echt cool aus ja und überall sieht man diese kleinen kleinen sternchen und es ist als ob das glitzern würde obwohl das gar nicht glitzert also ich finde es total schön ja und dann als ich dann angefangen mit diesem sprenkel papier dann konnte ich auch nicht mehr aufhören dann habe ich das mit diesem rosa auch noch mal gemacht hier sprenkelt ist nicht ganz so doll wie bei dem also das finde ich hier wirklich schöne aber mir gefiel hier diese farbverläufe mit dem blau und dem pink ja deswegen ist das entstanden dann habe ich dasselbe versucht noch im blau zu machen finde doch die beiden papiere passen sehr sehr schön zusammen gefällt mir echt gut da kann man auch wieder echt schön was mit karten machen und ganz am schluss noch die seite im blau also dass man halt diese grundfarben auch noch mal hat ja und dann kann man hier mit karten basteln bücher basteln und einfach drauf los ich finde es ist immer eine tolle sache wenn man so ein design papier nutzen kann und das tolle am digital design papier dass ihr euch das ausdrucken könnt und wenn euch zum beispiel ja sagen wir mal so die beiden haben euch jetzt nicht so gefallen ja dann müsst ihr die gar nicht ausdrucken dafür hat euch beispielsweise die hier ganz ganz doll gefallen und ihr wollt die fünf sechs mal ausdrucken das ist halt das tolle beim digital papier dass man es selber machen kann ich wurde auch neulich gefragt ist das nicht viel teurer also es kommt ja auf euren drucker an ich drucke immer mit color copy papier von mondi und habe einen hp drucker das heißt für mich ist eine a3 seite bei ungefähr 60 cent im druck aus einer a3 seite kriege ich vier von diesen 12 zoll papieren raus beziehungsweise ich krieg ein 30 x 30 zentimeter und zwei kleine raus und somit rentiert sich das für mich weil ja ich komme halt also ich krieg halt mehr raus als wenn ich die blöcke einzukaufen und vor allem ich kann mir direkt die seiten raussuchen die ich gerne nutzen möchte ja und daher kann ich das nur empfehlen deswegen wenn ihr gerne dieses digital papier haben möchte das gibt es ab sofort in meinem etsy shop ja ich danke euch wieder fürs einschalten und wir sehen uns im nächsten video ihr könnt mir ja mal gerne schreiben was sie als nächstes gerne sehen wollt für ein video bis zum nächsten mal bei